Reto Cioven, sind Sie vielleicht der erste Wintersportverletzte dieses Winters? Nein, ich hoffe nicht. Es war halt Pech, aber andere würden auch noch mit solchen Verletzungen da gewesen sein. Was ist passiert, wenn ich fragen darf? Ja, mir hat es das Knoe verdreht beim Skifahren. Jetzt habe ich Kreuzbandreise. Und wie lange sind Sie schon hier im Spital? Seit dem Donnerstag. Und wie lange wird es noch werden? Ja, ich hoffe, dass ich mal wieder heimgehe. Und der Rest ist eine andere Sache. Was wird dann noch kommen? Geht das noch weiter, der Kreuzbandreise? Ja, jetzt habe ich noch Physiotherapie, die noch zu machen ist. Und jetzt hoffe ich, dass es noch wieder besser wird. Ist dieser Winter voraussichtlich gelaufen oder geht es sich im Frühjahr noch aus? Nein, der Winter ist gelaufen. Aber man kann es nicht ändern. Und wie gefällt es dir hier im Spital in Bludenz? Mal, es geht schon. Jetzt sind wir Kollegen sehen, auch tiptop. Und ja, die Ärzte sind oben da gut. Und ja, es geht schon. Ich bin nicht so der Typ, der im Spital liegen will, aber man kann es nicht ändern. Das Wichtigste vielleicht, das Essen? Mal, es geht schon. Man kann es essen. Es ist zwar kein Fünf-Sterne-Menü, was man kriegt, aber es passt schon. Das ist Untertitelung des ZDF, 2020